Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir stehen vor dieser wunderschönen Pyramide und als erstes aufs Telefon schauen. Wir müssen eine SMS lesen. Heavy Hearts. The building is a large imitation pyramid. I dare say you can't miss it. You need the elevator access code as well. 2589. Ich wundere mich, ob es diese Pyramide ist. Anscheinend ja. Jetzt ist ein Wegpunkt da. Oh, Panem ruft an. Immer durch. Oh, schon wieder. Ja, was soll's. Bin gespannt, aber ich frage mich, was du uns diesmal geben wird. Ihr gutes Snipergewehr haben wir schon. Genau, wir sind gerade, nochmal als Info, in der letzten Episode haben wir die Gigs für Mr. Hand gemacht. Und dann hat er uns eben Zugangscodes geschickt. Jetzt eben für die Pyramide. Wir müssen irgendwo einbrechen und Songbird retten. Oh, das machen wir. Da oben lag was Lidernis, aber ich bin massiv auf die Fresse gerade gefallen. Und da ich mich schäme, werde ich das nicht nochmal versuchen. So, die Waffe können wir erstmal wegstecken, denke ich. Sonst wird's eher hier unten gemütlich. Aber wenn, dann für die anderen. Das hat ihm gar nicht gepasst, dass ich so da durchgerannt bin. Ach, ich hätte jetzt doch oben hin gemusst. Be have cookies. Cookies. Be have cookies. Das ist doch ein schöner Schriftzug. Ich glaube denen kein Wort. Es ist nett, dass wir versuchen, ein wenigstens zu ködern mit irgendwas Positiven. Oh. Da war aber schönes Zeug in dem Rucksack. Nach oben klettern. Kletter, kletter, kletter. PNM besucht man andermal. So, wollen die gleich abgeschossen werden oder eher noch warten? Ich würde sagen, eher noch warten. Rein in die schöne Pyramide. In der letzten Episode hatte ich gesagt, ich hoffe wir kommen hier noch rein. Still mal. Ich bin doch gut angezogen. Mit meinem zuhälter Ausfit. Outfit passe ich hier doch wunderbar rein. So, nicht so viel Nippel ansehen. Die muss ich alle zensieren. Augen auf den Boden. Nee, Spaß. Da kann man schon ein bisschen umsehen. Männliche Nippel muss ich zum Glück nicht zensieren. Ja. Cool hier. Bisschen wenig Musik, aber ich glaube die ist gekopyrightet und deswegen aus. Kann ich aber mit Sicherheit nicht sagen. 2589, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aha. Kurzzeitgedächtnis funktioniert manchmal. Keycard required. Private rooms. Club. Action blocked. Club. Ah, ging irgendwie trotzdem. Stand bei beiden zwar dran, keycard required, aber... Uh, sieht das hier gut aus. Was ist denn das? Das gefällt mir nicht so. Die... Na, das wird dieses Raytracing sein. Oh, hier hat man Wende, Methyroglyphen. Keine Ahnung, was das heißt. Irgendein Vogel. Eine Gans. So einen Löffel mit einer Fliege. Keine Ahnung. Werden sie schon was dabei gedacht haben. Aber sieht extrem gut aus hier. Dann wollen wir mal hier rein. Hallo. Das ist also Mr. Hens. Jan geschehen. Maybe the one thing I didn't expect. To see the man behind the hollow curtain. The elusive Mr. Hands in the flesh. Despite some setbacks, you retrieved the Zeta Tech blueprints. Making impossible decisions under immense pressure. An invaluable skill that few possess. Danke schön. You have proven to be a person I can trust. Hence my decision to drop the veil and meet in person. A rare occurrence, I assure you. Were I to have more virtuosos like you, I wager I have more than Doctown in my grasp. Doctown, Pacifica. Then I line up the rest, snort and it'll be done. Aber, ich finde auf jeden Fall Mr. Hens hat's Deal. Ich glaube, der wird uns hintergehen bei der ersten Möglichkeit. Working with bonafide Professionals. Positively a treat. Wir haben also irgendwen gefistet. Not all that clear from where you stand, but the gigs you have completed will allow me to audaciously shift some of the pawns and figures on the chessboard that is Doctown. Checkmate is but a few moves away. Immerhin hat der Hirn. Take it, you prefer Doctown with no Hanson at the helm. Hanson wields much power, greedily so. He's also clever. These traits I tolerate, even value, when occurring in isolation. Ja, ja. But all at once? No. Especially not in one who grips an entire district in the palm of his hand. It makes business trying. Interest you in some tea? It's my own blend. Solange ich dafür nicht zahlen muss. Ich bin richtig lauter Schlürfer. Da ist gar nichts drin. Oh, da ist was drin. Heard this and that. Something to do with the war? 2069. Colonel Hanson led an operation colorfully called Midnight Storm. The objective? To occupy this combat zone and establish an NUSA staging ground in Night City. Soon after, the sides agreed to a ceasefire. Hanson's force was left to fend for itself. Headquarters, the public, everyone feigned ignorance, pretending Hanson and company were never here. But our good colonel decided to put down roots. He declared this combat zone and NUSA territory. In our terms, he carved out an enclave for himself and went from soldier to arms dealer overnight. Ja, der hat's geschickt angestellt, muss man schon sagen. Und was kann ich jetzt tun? He was. Two weeks for a bullet to reach his brain, everyone thought. But his brain remained intact. And he became a force to be reckoned with. A man whose existence is a threat to many is a dangerous man indeed. Saw it well and good chit-chatting. But what about our deal? Did my part. Time you did yours. Ah, indeed. Yes. The Black Sapphire. Hanson's stronghold, guarded by elite soldiers. Military quarters are situated on lower levels, while top floors are a decadent haven for the ultra rich. The building's blueprint was not easily procured, I should say. Hanson guards his hotel secrets as if they were an embarrassing rectal itch. Das würde ich auch verstecken. But given a will, ways are usually found. You help a client of mine, they reciprocate, and I gain latitude. Quid pro quo in full effect. Raus mit der Sprache. The building's plans are yours. I'll even throw in vulnerabilities to watch for. A token of my appreciation. Dankeschön. And, though this goes without saying, the data, its source, are completely secure. No one knows you have it. Data leaks, or lack thereof, are the difference between myself and, say, the late Mr. Deshawn. The Shard. Black Sapphire Info and Blueprints. All Nooks and Crannies. I trust it's all you need to waltz in and perform your planned Pirouettes. Yet a word of caution. Even fully prepared, you'll be marching into a pit full of Vipers. Watch your step. Oh, ich bin da relativ heiß drauf. Ich bin so aufge... ...aufgepumpt. Ich glaub, ich nehm kaum Schaden. Thanks, Hans. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Truth be told, a few new assignments seem imminent. Let me guess. More local political gaming? Activity is abundant in Doctown. And behind closed doors, plots and schemes. Can I auch noch was trinken? Der Tee war doch ganz lecker. Ah, und das bin ich. Dankeschön. Whatever happens at the Black Sapphire, make sure you come back alive. Oh, garantiert. You're going where local and international politics mix. Strong currents both. Make sure to plan my feet firmly then. Later, Hans. Was liest er denn da für ein Buch? Edgar Rice Burroughs, der Chessmaster. So, so. Kann ich hier noch was mitgehen lassen? Oh, ne Schad, ne Schad, ne Schad. Dafür riskiere ich nix. Das kann ich öffnen. Oh, und. Ah, mach mal besser nix damit. Muss die Mr. Hains ja jetzt nicht grad anpissen, nachdem er mir ein bisschen geholfen hat. Nachdem ich ihm geholfen hat. Na gut. Zurück in den Club. Und dann wollen wir mal da einbrechen. Und ein bisschen den Leader der Region hier stürzen, würde ich mal sagen. Oh, was ist hier das Problem? Da kann ich anscheinend nicht rein. Das ist allerdings ein Problem. Ah, jetzt läuft Musik. Vielleicht habe ich die vorne einfach nicht wahrgenommen. War so auf die Mission fokussiert. Das kann natürlich auch sein. Oh, das ist mein Outfit. Ich glaube, wir haben dasselbe Kleid, Lady. Kann ich auch tanzen? Nee, grad nicht. Irgendwann konnte ich das. So, call, read and send him the data. Na gut, ab in den Kaktus. Oh, 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 oh. So, direkt vorm Club. Read anrufen. Read, got the data shard from hands. Our golden ticket into the black sapphire. Perfect. Send it through. No worries. This connection is secure. Catch. It's on its way. And reception complete. I'll pass it on to Alex. And as soon as you're ready, join us at the month. If I'm not there when you arrive, just wait. Till then. Hösseli. Also, ich bin auf jeden Fall bereit. Aber das sind 800 Meter, die kann ich unmöglich laufen. Lauf aufs Motorrad und dann wird es mal ein bisschen Zeit hier für Action zu sorgen. Ja. Action erst nach der Motorradfahrt, bitte. Oh, das ist ja hier auch eine Festung. Sollte ich wahrscheinlich gerade auch noch nicht angreifen. Naja. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Eiii. Eiii. Oh, das ist überraschend gut gegangen. So. Ganz unauffällig noch die letzten Meter zurücklegen. Ich komme hier tatsächlich durch hier. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Wir sind angekommen. Oh, mein Relikt will wieder. Was? Finde ich aber gar nicht nett. Johnny. Johnny, was willst du denn? Rote Schmiere. Glaube ich roste von innen heraus. Jetzt aber mal rein spaziert. Ich dachte, du willst nicht hier sein. Komm mal rein. Komm mal. Einglück. Passiert zu einem Mail-Funktion. Nicht direkt im Kampf. Ich dachte, es wäre gut. Wieso habe ich denn einen Blackout? Nein. Ich denke, es ist auch ein blöchiges Licht. Woher bin ich jemanden? Ich denke, es ist ein blöchiges Licht. Auch immer storyrelevant. Ich würde uns überraschen, dass Johnny gar nicht aufgetaucht ist. Ja, du sagst. Was ist da passiert, Reed? Ich bin in der ICU, wo ich einen Arasaka-Gun habe. Ich wurde von unseren Menschen verraten. Ich sage, verraten. Ich mache sowas eigentlich nicht. Na gut. Dann wollen wir mal sehen, wie lang er wirklich ist. Aber bitte nicht so langsam. Ja, jetzt läuft doch mein Mensch. Oh, ein Roboter, der kocht. Sowas brauche ich auch für meine Küche. Auf in die Memory Lane. Äh, Bar. Boileroom? In den Boileroom. Ich glaube, ich glaube, dass Alex entschieden, dass das beste Ort für eine Bar war war, war genau nach unserer alten Safer-Haus. Sie hat immer eine Schwester-Sensicht. Wo ist sie? Warten nach unten? Sie hat die Recon in der Stadt. Wir müssen uns selbst nach Hause zurückkommen. Na ja. Ah. Das sieht doch besser aus. Jetzt sehe ich endlich wieder was. Ach Mist. Ja. Every night we waited for our soccer agents to come finish us off. I had to make a choice. I chose to dig out heels in. I thought we still had a fighting chance. Tja, das sind die Fragen. Okay. We managed to save a few more agents. The price for that was yours truly. Say what we want, but sounds like they stabbed you in the back, plain and simple. Saving many of my people in the process. You play grown-up games. You face grown-up consequences. Funny. Out of everyone. It was Songbird they asked to pull the trigger. Wait. You see? Yeah. Das habe ich nicht kommen sehen. Pull the trigger, as in literally took out her iron and shot you. Not personally, but she unlocked the door for those who came and did. I was leaving the city, heading home. Songbird was still here, in this very room in fact. It was guiding me on comms, led me straight into a trap. Das ist krass. 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 And others blur. But there comes a point, when you just cut through the bullshit and see what's in front of you. Du hast dich doch gerade erst hingesetzt. Wieso stehst du jetzt wieder auf? Du bist echt unruhig. Na gut, dann lehnen wir hier an. Songbird is still my people. And nothing could change that. Fuck Reed. Now, Myers is a whole nother story. But Songbird? No. I got nothing against her. So why Myers? Oh. So good. Let's get this show going. I checked up on Slider's contention. Looking how the writer turns out. I dove into old mission files, wherever Somi was involved. They were buried deep, near impossible to access, even with my clearance. Each and every one. The Black Wall. All authorizations, mission orders, personally signed by one person. Rosalind Myers. Mhm. Ja siehst du doch. Schau mal wie ich angezogen bin. Natürlich. Who doesn't? Mhm. Then you'll like what I whipped up. Managed to learn that some pop megastar is gonna grace the party with a show. Guest list? Expect everybody who's anybody. That includes you. Gonna don fancy outfits and rub shoulders with VIPs. Be warned though. Fancy doesn't mean easy. Ready for the Deets, V? Natürlich. Immer her damit mit den Deets. Let me hear them. Black Sapphire. The most heavily guarded place in Dogtown. Doesn't mean security's air tight though. V? You're gonna enter through a flooded tunnel system. Got a top of the line diving suit. Ought to fit you snug as a glove. Water's maybe a little super toxic. So yeah. Be careful. V? Guck. Well sure. Really? Don't let me see him. He'll be there too of course. Oh, das kann ich sehr gut. Oh, natürlich. Ach, gibts mir doch einfach und lass uns loslegen. Ja, ja, ich nehme mal alles. Ich nehme alles. Also, mein Diving Suit und ein Small Weapon Case. Was ist denn das für ein kleines Ding? Oh, Herr Majesty. Elizabeth. Ja, so sieht's aus. Dankeschön. Alles klar. Ich bin ein bisschen überladen, aber das Zeug nehme ich ja trotzdem noch mit. Oh, da ist noch Munition. Entschuldigung, nur Passing True, wie man so schön sagt. Oh, hier ist noch eine Tarotkarte. Irgendwas legendäres noch hier. Naja. Verzeihung. So, wir müssen ein bisschen was droppen. Wahrscheinlich ein bisschen was von dem Junk hier unten. Drop, drop, drop. Und noch drei Kilo loswerden. Wenn das denn so einfach wäre im echten Leben. So, ich lasse die Waffen mal hier auf dem Boden. Vielleicht braucht man die ja später. Gut, dann müssen wir hoch und unbedingt an so eine Verkaufsstation. Äh, bar. So, welche Richtung? Gibt nur eine, das finde ich schon mal gut. Da können wir anscheinend lang. Da sind wir auch hergekommen. Vielleicht gibt's ja hier aber noch... Ne, ich hab keine Möglichkeit. Oh, Rahmen. Sehr schön, sehr schön. Brauche ich aber tatsächlich nicht. Ich bin eh schon überladen, was das Zeug hält. Oh, den könnte ich benutzen. Ich würde auch sagen, hier ist nix, was mich orange anfunkelt. Etwas enttäuschend, aber dann brauche ich es auch nicht aufheben. So einfach ist das. So, das können wir jetzt öffnen. Und dann, gut, keine Verkaufsstation, aber ein Hindler. Das ist fast genauso gut. Hat man halt menschliche Interaktion. Und vor allem das hier war ein richtiger Arsch. Na, schau mal, dass wir einen ganzen Scheiß hier verkaufen. So, Precision Rifle, das Sniper Rifle. Ja, kann man auch verkaufen. Precision Rifle, Assault Rifle, Assault Rifle, Assault Rifle. Die Pistole, die Pistole, den Revolver und so weiter. So, wird's uns grad nicht gut gehen, würde ich da nochmal runtergehen und meinen gedroppten Loot holen und dann auch noch verkaufen. So mach ich das teilweise, oder hab ich teilweise immer ein Borderlands gemacht. Ich glaub, wir sind in dem Spiel grad ganz gut dargestellt. Wir könnten uns jetzt eigentlich zurückziehen. Hätte man nicht dieses Scheiß Implantat im Kopf. So, noch ein Hammer. Das ist ja, das ist ja ein Ding. So, Hammer Junk. 81 Dollar Wert auf Junk. So, was hat der denn an Waffen? Nichts Gutes. Granaten. Oh, nichts Interessantes. Visiere und Mods. Ja, braucht man glaubt nicht. Hier haben wir noch ein paar Blueprints. Wird auch sagen, die braucht man nicht. So, wir sind stinkreich. Das gefällt mir. Und die Tarotkarte ist irgendwo, irgendwo hier. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg, wie es aussieht. Da. Der Ninja. Ne, was? King of Swords. Interessant. Und was ist hier unten? Oh, da ist ein Geschütz. Warum das denn? Kann ich das ausmachen? Das ist auf meiner Seite. Ah. Hier ist ja mein Missionsziel. Das ist passend. Das war eher ein Zufall. Hey. Ich bin ja wieder bei euch. Schön, euch zu sehen. Ich kann ja wirklich mein Loot mitnehmen. Her damit. Nichts wird verschwindet, wenn wir schon da sind. Wäre jetzt nicht extra deswegen hergegangen, aber... Wenn es da bereitwillig wieder auftaucht. Okay, hier gibt es einen Elevator. Ah, hier seid ihr wieder. Och, mein Orientierungssinn ist heute Abend nicht mehr so... Nicht mehr so... Ja, funktional nennen wir es einfach so. 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 Oh. Hier ist nicht das Missionsziel. Das hat mich nur wieder zum Aufzug geführt. Jetzt fahren wir noch mal zur Bar. Ich dachte mir schon, hä, wieso ist es da unten? Hallo, Küchenhilfe oder Koch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich der oder die Koch-Küchen-Roboter. Da hinten ist es ja. Oh, Judy hat was geschrieben. Hey ho, wie? Everything okay? Yeah, I'm good. Oder same as ever. Fragt doch, wie es ihr geht. Okay, sie schreibt, I'm all right. Thanks again. You know for what? You're a good friend. Just want you to know that. Maiko still hasn't called. Should be anytime now. Let you know when I get something fresh. Dankeschön. So, dann müssen wir aber hier ein bisschen Terz machen jetzt. Und danach geht's zu Penham und danach hoffentlich zu Judy. Was ist denn das hier für ein Sturm? Uh, da ist ein Vorrats-Drop. Eher mit den Vorräten. Ich hab grad mein Inventar verkauft. Ja, wer schießt hier gegen wen? Ja, wir machen einfach mal mit. Wird schon nicht die Falschen treffen. Das ist echt eine super MP. Wird sie nicht so verziehen? Wäre sie noch besser. Hey. Hier, maskierten Typen hier. Ja, der wird auch ein bisschen dicker. Schwachpunkt am Fuß. Das kenn ich. So. Könnt ihr mal aufhören? Ich will doch nur den Loot. Oh, der da oben sieht komplett verstört aus. Keine Sorge. Ich halte nur böse Menschen aus. Und auch nur, wenn es sein muss. Naja, mehr oder weniger, wenn es sein muss. Ist ne grausame Welt, in der die leben. So, einmal einstecken. So, einmal einstecken. So, 1C hab ich nicht. Wo hab ich denn 1C da? 1C, 7A, 1C, 7A, 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 hat geklappt. Ui, da hab ich zwischendrin gedacht, das klappt gar nicht. Ja, mit den schönen Airdrops. Ui. Und anscheinend haben wir hier ein Polizeifahrungslevel. Zumindest von den Doctown Wachen. Hey. Nicht, dass der noch irgendwas über uns ausplaudert. Genauso wie der hier. Das brauchen wir gar nicht. Ja, ja. Ziel. Du musst doch hier erst looten. Was willst du von mir? Ja, was geht denn mit dir ab? Uh, her mit der Waffe. Ist ja gut. Hast du was fallen lassen? Anscheinend nicht. Nee, er droppt mich heute nicht. Gut. Jetzt haben wir zwei Fahndungslevel. Jetzt machen wir uns am besten mal aus dem Staub hier. Hat kein Catch. Hört mal auf, hier ein Fahndungslevel auf meinen Kopf zu setzen. Ich hab euch nur bestohlen. Was macht ihr hier? Auf frischer Tat ertappt. Hätte ich euch den Container aufmachen lassen sollen. Wäre da mehr für mich drin gewesen. Keine Ahnung. So, Fahndungslevel ist gleich weg. Wir verstecken uns noch kurz hier. Wir blinken. Wir blinken. Wir blinken. Gleich ist rum. Ist rum. Wir sind wieder ein braver Bürger. Und dann hier. Mensch sieht das cool aus. So. Die Maschine würde ich auch gern mal bedienen hier. Dieses Riesenabriss, Kran-Ding. Was auch immer. Sieht spaßig aus. So, Waffe steckt mal weg. Oh, Mr. Hens hat uns was geschrieben. Wie. I recite word. Someone attempted to sell a Cetatech-Ocular implant in Doctown. Belts, ring, buzzers, buzz. I trust I needn point out the similarities between the prototype and the one you sought among the scavengers. The very same, perhaps? Maybe, maybe not. But I'll check it out. Und Mr. Hens tippt mit seinen Hens. A fact of which I'm well aware. How wonderful I needn't even ask for such favors to be done. He was last seen in a derelict building on Elizabeth Crest Street. Ah, die kennen wir doch auch. Den Namen habe ich zumindest schon mal gelesen. So, wieso laufe ich eigentlich zu Fuß? Das sind 400 Meter. Komm her, mein Motorrad. Jemals Jackys Motorrad. Macht doch viel mehr Spaß damit. Vor allem bei dieser schönen Sonnensituation. Nein. Eieieiei. Was heißt jetzt, will ihn acting up again? Konnto kaum was dafür. Er ist in meine Motorradlinie reingelaufen. Oh, das ist auch cool. So, ich glaube aber, wenn ich hier lang gehe, irgendwie muss ich da runter in den Kanal. Ich schaue mal, wie man runterkommt. Entschuldigung, Entschuldigung. Was macht ihr hier? Irgendwo Kanalisationseingang bei euch. Frag für einen Freund. Was ist da schon wieder auf meiner Minimap los mit der Navigation? Wie soll ich mich da jemals zurechtfinden? Ah. Loch im Boden ist nie die schlechteste Wahl, wenn man nach unten will. Oh, wer ist denn das? Dem will ich mich lieber nicht anlegen im Moment. Sonst kriegen wir nur wieder ein Fahndungslevel. So. Da haben wir es mal rein. Und dann... Da ist jetzt schon wieder los, Johnny. Also, will es nicht mehr sagen. Sehr schön. Irgendwas Wertvolles hier unten mal vergessen. Anscheinend nicht. Na, wenigstens geht die Tür von alleine auf. Jetzt haben wir kein Signal mehr. Na, wunderbar. Ich würde aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. In der nächsten gehen wir hier in das stinkige Wasser. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.